Mein Name ist Johannes Kröger, ich bin Studienleiter im Ludwig-Windhaus-Haus und Geschäftsführer der Ludwig-Windhaus-Stiftung. Ich komme zu Atem hier im Haus, vor allem in den Freizeiten von Menschen mit Behinderung. Ich komme zu Atem zu Hause bei meiner Familie, bei stundenlangen Schaukeln am Nordseestrand. Ich komme zu Atem beim Wandern in den Bergen und bei einer schönen heißen Tasse Kaffee.